Hallo Dieter Bohlen, mein Name ist Lisa Bohlen, die Leute kennen mich Lisa und ich sende dir meine besten Grüße und vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich bin ein Fan von dir und das war so geil wie das Teil, das du hast gespielt, Gitarre und dein Lied. Das war eine sehr schöne Zeit von Modern Talking und ich gratuliere dir, weil du bist ein tolles Vorbild und du bist der Pop-Titan, Nummer 1, wirklich. Und ich wünsche mir, dass kannst du ein so schönes Lied wie du schreibst und ich wünsche dir meinen besten, mehr, mehr Erfolg und alles Gute. Vielen Dank, tschüss, tabios.